liebe freunde ich begrüße euch zu einem neuen video es geht heute wieder mal um meine regal um einen schrank oder besser gesagt um die werkstattorganisation ich habe viele in den schubladen drin die ich nicht brauche also ich brauche die schon aber nicht immer deswegen würde ich gerne meine schubladen erst mal ein bisschen leer räumen das zeug was da nicht rein gehört in solche plastikboxen reinpacken man könnte natürlich einfach hingehen die kisten hab da 16 stück davon einfach übereinander stapeln das geht natürlich auch aber das problem ist wenn man jetzt die kiste in der mitte braucht müsste man die anderen 45 wie viele auch immer darauf sind erst mal wegheben um an die andere kiste zu kommen deswegen bauen wir uns ein regal aus b so jetzt habe ich viel geredet wir haben noch einiges zu tun legen mal los So, ich habe jetzt die Seitenteile zusammengelegt, bündig und dann werde ich die natürlich festklemmen und in einem Durchgang durchfräsen, sodass ich dann wirklich immer auf einer Flucht bin. Wenn ich die dann nebeneinander, also gegenüberliegend, hinstelle, montiere, bin ich immer auf einer Flucht. Ich habe jetzt hier den 10mm Fräser drin und dann schauen wir mal, ob das auch wirklich klappt. Ich mache die Bretter jetzt mal rundum fest, damit die nicht mehr verrutschen können und dann legen wir los. So, die Fräsungen, die habe ich jetzt durch. Ich habe jetzt auch mal markiert, was wohin gehört bzw. wo oben und vorne ist. Hier kann ich euch nochmal zeigen, wie fest das ist. Also das geht gut rein und ist spielfrei. Das ist schon mal, das sorgt schon mal für Stabilität. Wenn man da auch noch ein bisschen Leim beitut, dann bewegt sich da im Nachhinein nichts mehr. So, das werde ich jetzt alles verschrauben. Warum verschrauben? Weil den Boden, den sieht man sowieso nicht. Und auch oben den Deckel, den werden wir auch nämlich mit einer anderen Deckplatte nochmal verkleiden. Deshalb werde ich das jetzt alles verschrauben. Ich kann euch hier diesen Senkbohrer empfehlen mit dem Tiefenstopp. Ich hatte einen anderen gehabt mit einem Kunststoffteil drauf. Der hat mir ständig Abdrücke hinterlassen, weil der sich nämlich nicht richtig mitgedreht hat. Ich verlinke euch den mal, falls es euch interessiert. Jetzt habe ich wieder was vergessen, ey. Ich wollte doch einen Falz reinfräsen. Seht ihr? Ach, Mann, oh. Also, zerlegen. So, jetzt geht's das jetzt mal. für die mittlere platte die jetzt gleich auch noch eingesetzt wird da zeichne ich mir einfach die mitte an einmal hier und einmal am boden oder ich ziehe mal am besten die linie komplett durch aber hier die mitte und hier die mitte mit dem winkel schaue ich dass das alles gerade ist markierung mit der anderen markierung anpeilen und dann festschrauben so jetzt kommt die stunde der wahrheit ob wirklich alle bretter reinpassen 3 habe ich schon drin oder zwei das werde ich einfach mal schauen es sind wirklich teilweise sehr eng also passgenau jetzt werden wir die oberfläche erstmal mit 80er schleifen um das grobe wegzubekommen die markierungen und alles und später machen wir dann noch einen feineren schliff so jetzt machen wir noch kurz die klitzekleine reparatur jetzt einfach mal ein bisschen mit drauf habe ich mir so einen dünnen streifen usb zugeschnitten drücken wir das da schön rein gucken dass es auch wirklich bündig ist so dann lassen wir das erstmal so trocknen guten morgen zusammen so jetzt wird gerollt und gepinselt den lack dazu den habe ich mir auch geholt den passenden farbton was ich eigentlich auch bisher bei den anderen verwendet habe das ist so ein anthrazit grau die rolle für die großen flächen mit dem pinsel gehe ich dann in die ecken und kanten und später ich habe jetzt absichtlich die rückwand noch nicht montiert damit ich auch von hinten überall dran komme gut dann trinke ich gerade noch mein kaffee raus und dann lege ich los hier ist jetzt die temperatur liegt jetzt gerade bei zehn grad also ist noch nicht so nicht so warm zum möbel bauen ist das material natürlich nicht geeignet aber sag jetzt mal für so eine werkstatt kann man das zeug nehmen auch wenn er so extrem gehasst wird von vielen bin ich optimistisch das hat Sollte Okay. 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 Spannungsgelade Untertitelung des ZDF, 2020 Es sollte ein schnelles Projekt werden, was ganz einfach ist, vor allem auch günstig. OSB ist leider auch nicht mehr so günstig, wie es mal war, aber es ist immer noch günstiger als Multiplex. Dann kam noch der Lack hinzu, passend zur restlichen Einrichtung hier in meiner Werkstatt. Sieht auf jeden Fall viel, viel cooler aus als die OSB-Optik. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es euer Geschmack ist, gerade jetzt mit den Plastikkisten. Da kann man natürlich auch im Nachhinein sich irgendwelche Holzkisten für bauen. Es ist noch machbar. Ich bleibe jetzt bei den Plastikkisten, die habe ich jetzt da. Ich habe davon mehrere da gehabt. Vor allem ist der Vorteil, man sieht, was da drin ist und es ist vor allem staubgeschützt. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einenfalls ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr noch ein paar weitere Videos von mir sehen wollt, hier auf dem Kanal befinden sich noch einige kleine, größere Projekte. Schaut einfach mal rein, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali. Tschau.